Die Zahl der Ausländer in Deutschland ist auf Rekordhöhe. Noch nie haben so viele Menschen mit unterschiedlicher ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik gelebt wie heute. Ende 2016 waren es gut 10 Millionen, so das Statistische Bundesamt. Innerhalb von zwei Jahren erhöhte sich die Zahl um fast 1,9 Millionen Menschen. Hauptursache ist die Zuwanderung aus Syrien, Afghanistan und aus dem Irak. Im Schnitt leben die Ausländer aber seit 15 Jahren und fünf Monaten in Deutschland. Im Schnitt leben die Ausländer in Deutschland.